Hallo und herzlich willkommen bei Beanie Books. Ich habe heute diese Tipi-Zelle gebastelt und zwar dieses hier und dieses gemacht habe ich die aus dem Luxe Paper Block vom Action Markt dann habe ich noch diesen Block verwendet und den Stoff aus dem Action Markt und Schaschlikspieße. Ja und wenn ihr sehen möchtet wie ich diese Tipi-Zelle gemacht habe, dann schaut euch doch mein Video an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei! 1 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.